Die Werte-Welt der Performer dreht sich also vor allem um Leistung, Erfolg, Zielstrebigkeit und Effizienz. Diese Gruppe hatte Selbstverständnis als postmoderne Lifestyle-Avantgarde, weltanschaulich unvoreingenommen, kreativ, oft subkulturaffin. Ja, und die Gruppe, die sieht sich so in entspannter Opposition zum bürgerlichen Mainstream. Das Internet ist für dieses Milieu aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Viele sind always on. Adaptiv-Pragmatische haben eine hohe Leistungs- und Anpassungsbereitschaft, wollen aber Spaß, Komfort und Unterhaltung nicht verzichten. Das war falsch. Die WerteUNTchaft ... Glocken unter einem Per